Mich freut es sehr, dass unsere VR-Videos sehr gut bei euch ankommen. Daher haben wir beschlossen, mehr Videos in Richtung VR zu machen und beginnen mit diesem Video, und zwar die Top 3 Gründe für eine Meta Quest 2. Ohne weiter Zeit zu verlieren, legen wir direkt los mit unserem ersten Grund. Und das ist der vergleichbar niedrige Preis. Ich sage extra vergleichbar niedriger Preis, denn wir sind immer noch an dem Stand, dass VR-Brillen sehr viel Geld kosten. Erst recht, wenn man sich noch ein PC dazu kaufen muss. Zum Beispiel die Index kostet gut und gerne mal über 1000 Euro, und selbst die HP, die eigentlich als Budget-Version daherkommt, kostet mal über 500 Euro. Und deswegen halt im Verhältnis, die Quest 2 kostet 399 Euro, aber aufgrund der Nachfrage, weil sie halt ausverkauft ist fast überall, kostet sie gut und gerne mal 450-500 Euro. So ist das leider, aber im direkten Vergleich ist sie doch recht günstig. Und hier möchte ich ein paar warnende Worte sagen, denn ich warte auch auf die Quest 3 und habe mir gedacht, die Project Cambria wird die Quest 3, da lag ich falsch. Die Cambria wird sehr teuer, also man spricht aktuell von 800 plus Euro, also wartet nicht auf die, denn es wird nicht wieder passieren, dass Meta bzw. Facebook eine VR-Brille auf den Markt wirft und das unterm Wert verkauft. Das wurde bei der Quest 2 gemacht und daher ist sie auch so relativ günstig, daher holt euch die Quest 2 und wartet nicht länger, das wird leider sich nicht wiederholen. So, genug über Geld geredet, wir machen weiter mit Grund Nummer 2 und das ist der Fakt, dass kein High-End Gaming PC benötigt wird, um VR-Spiele spielen zu können. Ganz ehrlich, ich war ein bisschen schockiert, dass so viele Leute nicht aufgeklärt waren, dass die Quest 2 ohne PC funktioniert. In dem letzten Video über die VR-Brillen haben ganz viele Leute mich gefragt, ob sie jetzt das auch ohne PC verwenden können. Und ja, genau das ist hier der Fall. Es ist ein Standalone VR-Headset. Stellt euch einfach vor, ihr habt euer Handy und da habt ihr auch euer Play Store und da könnt ihr halt bestimmte Apps kaufen und runterladen und dann könnt ihr die spielen. Genauso funktioniert auch die VR-Brille. Da habt ihr auch einen eigenen Marktplace, das ist halt der von Meta und dort könnt ihr dann halt die Apps kaufen bzw. die sind kostenlos, dann downloadet ihr die von dort und dann könnt ihr spielen. Ihr braucht gar kein PC dafür. Aber selbstverständlich könnt ihr auch, wenn ihr wollt, es durch ein USB-C-Kabel mit eurem PC verbinden und bestimmte VR-Spiele wie Half-Life Alyx oder Boneworks dann spielen. Und es gibt sogar noch eine Möglichkeit, dass ihr über WLAN, da braucht ihr aber einen Wi-Fi 6-Router, erst dann funktioniert es gut, kabellos mit dem PC euch verbinden könnt und dann darüber spielen könnt. Dazu haben wir aber auch schon ein Video gemacht, den verlinke ich euch einfach mal an dieser Stelle. Und nun kommen wir zum Grund Nummer 3 und das ist für mich der wichtigste Grund, warum ihr die Quest 2 holen solltet. Denn die Quest 2 ist die beste VR-Brille, um anderen Leuten VR zu zeigen. Denn stellt euch folgendes Szenario vor, ihr habt einen super High-End Gaming PC und die Index beispielsweise verbindet das alles und die Person, die ihr jetzt die Quest 2 zeigen wollt, die kommt euch aber nicht besuchen. So was sollt ihr dann machen, dann könnt ihr ihr gar nicht VR zeigen und könnt nur darüber erzählen und das ist so schade. Und genau das Problem habt ihr mit der Quest 2 nicht. Ich habe das schon so vielen Leuten gezeigt. Ihr packt die Quest 2 einfach in eure Tasche, fährt dann zu der Person hin, also ihr besucht einfach mal euren Onkel beispielsweise oder eure Oma und setzt das Teil mal auf. Zeigt ihm, wie cool das ist und dann setzt ihr es einfach mal bei der Person auf und die werden alleine aufs Neugierde einfach mal kurz ein bisschen schauen wollen. Macht irgendwelche Spielereien auf, wie zum Beispiel Beat Saber und schon geht's los. Dann sind sie meistens so fasziniert und überlegen sich, wenn sie halt so ein bisschen affin sind für dieses Thema, sich auch eine VR-Brille zu holen. Und ich sag's euch, es macht viel mehr Spaß, anderen Leuten VR zu zeigen, als selber in VR zu spielen. Das ist komplett absurd, aber so empfinde ich und ich habe schon von anderen YouTubern gehört, dass sie ebenfalls genauso empfinden. Also, falls ihr auch so eine Faszination für VR habt, solltet ihr auf jeden Fall euch die Quest 2 zulegen, auch wenn ihr andere VR-Brillen habt, um das dann anderen Leuten zeigen zu können. Klingt bescheuert, aber glaubt mir, es ist es wert. So, ich gehe mal davon aus, dass es jetzt Teil 1 von ganz vielen Teilen sein wird, denn ich habe so viel über VR zu erzählen. Also abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr euch für VR interessiert. Und, falls ihr ein Abonnent von uns seid, dann macht auf jeden Fall eine Verlosung mit, denn als Dankeschön dafür, dass wir jetzt fast 800 Abonnenten haben, verlosen wir zwischen unseren Abonnenten einen 50€ Amazon-Gutschein. Wie ihr dort teilnehmen könnt, ist unten in der Beschreibung erklärt.